So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Da ziehe ich euch erstmal hier ein Stück ran und würde sagen, ich habe vor 100.000 Jahren im Rewe mal was gekauft. Das war scharfer Gemüsesaft, ja. Ihr wisst, ich esse gerne scharf, ich trinke auch gerne scharf, so ist das nicht. Jetzt gab es damals immer diese scharfe Tomate, sieht man zum Beispiel ungefähr hier. Hier scharfe Tomate im Rewe, müsste eigentlich jeder kennen. Dann gab es aber auch einfach scharfes Gemüse. Da ist also nicht nur Tomate drin, auch andere Sachen. Und plötzlich habe ich gesehen, es gibt ja auch scharfe Karotte. Scharfe Karotte, Ingwer, Orange, also alles drin, was man möchte. Die möchten wir heute mal testen, mal probieren. Die stehen so lange. Der hier ist haltbar bis 26.05. Der hier ist haltbar bis 19.06. Und der dritte ist haltbar bis 8.04. Also da brennt schon die Luft. Ich bin mal gespannt, ob die überhaupt noch gut sind. Adi, es ist leer. Es ist leer, es ist gut, es ist leer. Du hast alles leer gegessen, ja. Da ist nichts mehr drin, weil es leer ist. Weil der Adi alles gegessen hat. Aber der ist die Packung auch noch mit, wenn so weiter. Er geht wieder hin und wühlt wieder rum. Ah! Es ist leer. So. Ich habe mir gedacht, ich werde mir dazu hier so ein Glas nehmen. Dieses Simpson-Glas. Werde da immer mal was einschenken. Bisschen schwätzeln. Farbe angucken. Dann mal trinken. Und dann habe ich mir gedacht, für den krönenden Abschluss. Ich habe immer noch hier den komischen Uso rumstehen. Den Pupsi mir mal in der griechischen Woche mitgebracht hat. Da ist noch ein bisschen was drin. Wir werden uns am Ende dann mal einen schönen Cocktail machen. Aus scharfen Tomaten, scharfen Karotten, scharfes Gemüse mit Uso drin. Das ist doch richtig genial. Das wäre doch auf jeden Fall heftig. Wir fangen aber jetzt an mit dem, der einfach am kürzesten haltbar ist. Und das ist scharfe Tomate. Beziehungsweise fürs Fundnail kann ich ja erstmal so tun, als würde ich hier ein cooles Bild basteln. Ungefähr so. Das muss ich glaube ich später machen, oder? Thumbnail. So sieht das nach was aus. Sieht eigentlich nach nichts aus. Hätte ich es ins Glas noch einfüllen müssen. Wir nehmen uns jetzt auf jeden Fall als erstes mal scharfe Tomate. Scharfe Tomate. Angenehm würzige Schärfe. Pikander Tomatenkarottensaft. Teilweise aus Konzentrat, gesalzen und gewürzt. Also der ist trotzdem nicht nur Tomate. Der ist Tomate und Karotte. So, muss man den schütteln eigentlich. Wir schütteln mal. Das ist der ganze Schimmel, der sich abgesetzt hat, jetzt durch die Gegend fliegt und nicht mehr erkennbar ist. Dann machen wir den mal auf. Und dann bin ich mal gespannt, ob der jetzt noch gut ist oder auch nicht. Also das ist ja ein MHD, glaube ich, mindestens haltbar bis dahin. Wir machen mal immer bis zu den Füßen, ja. Ich mache jetzt also den bis zu den Füßen. Sag mal, kam da gerade eine Obstfliege raus? Das sah auf jeden Fall so aus. Jetzt stellen wir den mal zur Seite. Gucken wir uns den mal an. Sieht ja gut aus, ne. Das ist jetzt also scharfe Tomate. Riecht wie eine heftige Tomatensauce. Jetzt ruft der Simon an. Der muss jetzt kurz warten. Riecht wie eine Tomatensauce. Ich glaube, ihr könntet auch genauso gut Nudeln machen und könntet dann das einfach dazu trinken. Nudeln essen, roh. Das dazu trinken, Nudeln essen. Das würde auch auf jeden Fall passen. Wir probieren das jetzt mal. Hat auf jeden Fall nichts von seinem Charme verloren. Es schmeckt nach Tomatensauce, die halt ein bisschen schön gewürzt ist mit Pfeffer. Ist also ganz angenehm. Ich weiß nicht, viele mögen das. Es gibt auch Leute, die sagen, Tomatensaft ist richtig eklig. Karottensaft ist noch ekliger. Aber eigentlich darf doch keiner was gegen Tomatensaft haben. Jeder, der Nudeln mit Tomatensauce isst, mag doch Tomatensaft. So, den haben wir leer. 19.06. 26.05. Nehmen wir jetzt mal die direkt gemischte Variante. Ich glaube trotzdem, Karotte ist am schlimmsten. Karottensaft mag ich auch nicht wirklich so. Er ist immer so aufdringlich. Hier haben wir aber scharfes Gemüse. Scharfes Gemüse ist angenehme Schärfe und Würze. Pikander Tomatengemüsesaft, teilweise aus Konzentrat, gesalzt und ungewürzt. Ja, und aus was besteht jetzt das Gemüse? Tomatensaft, Karotten, Sellerie. Okay, dann machst du das wahrscheinlich. Was ist hier? Da steht im Prinzip dann das gleiche draus. Tomaten, Karotten, fertig. Nur, dass da noch Sellerie dabei ist. Also im Endeffekt ist scharfes Gemüse und scharfe Tomate im Prinzip fast dasselbe, weil beides aus Tomate und Karotte besteht. Nur, dass hier angeblich noch Sellerie dabei ist. Mach mal auch mal auf, schenk mal auch mal ein. Ist auch alles aus dem Rewe, ist aber eine eigene Firma und ist kein Rewe-Produkt an sich. So, schenk mal den mal ein. Wieder bis zu den Füßen und das spritzt alles rum. Jetzt sind wir bei den Füßen. Sieht theoretisch genau identisch aus. Ist ja auch im Prinzip das gleiche drin. Scharfes Gemüse. Mal gucken, ob der jetzt anders schmeckt. Beziehungsweise, er wirkt ein bisschen dunkler. Boah, der wirkt aber auch viel fruchtiger. Vom Geruch her, 1A viel besser als der. Ist ja auch eine Rewe-Hausmarke hier. Und das andere ist Übitzas heftige Markenprodukt, wo ich nicht mal weiß, wie die Marke heißt. Heißt einfach nur scharf. Heißt die Marke. Und deswegen machen die scharfes Gemüse. Oh. Okay. Ihr schmeckt ganz deutlich den Sellerie raus. Als ob das im Prinzip hauptsächlich Sellerie-Saft wäre. Und ein bisschen Tomatensaft für die rote Färbung bei. Also wenn ihr auf Tomaten steht, gönnt euch lieber doch scharfe Tomate. Einfach nur. Kann ich aber trotzdem auch empfehlen. Hat trotzdem einen interessanten Geschmack. Schärfe ist auch da. Es kratzt ein bisschen im Hals. Ist fruchtig. Bietet einfach eine noch viel größere Geschmacksvielfalt. Sellerie aber on top. Also Sellerie ist wirklich präsent. Und wir haben noch einen. Wir haben noch scharfe Karotte. Scharfe Karotte. Orange, Ingwer. Pikander Karottensaft. Aha. Karotten, Orangen, bla bla bla. Mit Ingwer gewürzt. Karotte und Orange. Ich meine hier Sellerie, da ist Ingwer. Okay. Aber Karotte Orange. Wir haben Tomate, Karotte. Wir haben Tomate, Karotte. Und wir haben einfach Karotte Orange. Also Orangen und Tomaten sind im Prinzip in der Natur gleichgesetzt. Der ist am längsten haltbar. Das ist sehr schön. Der dürfte natürlich jetzt nicht so rot sein. Der müsste eher in die orange Richtung gehen. Iiiiiiih. Man sieht jetzt schon, dass der im Prinzip komplett flüssig ist. Also von der Konsistenz her nicht so dick wie der Rest. Der Rest besteht ja auch viel auch aus Mark. Tomaten, Mark. Hier ist es eher Saft und Saft und Saft. Das heißt, ihr habt den, der ist schön orange. Ihr riecht und merkt ganz deutlich die Orange raus. Ist also eher doch fruchtiger und säftiger. Weil es halt einfach säftig ist. Also wenn wir Schleichwerbung einbauen. Aber mir ist jetzt schon schlecht. Scharfe Karotte, Orange, Ingwer. Ja, Prost. Also irgendwas brennt. Das wird der Ingwer sein. Es riecht so schön nach Orange. Aber im Abgang, du hast diesen komischen, perversen Karottengeschmack. Und ja, von Orange merkst du dann in dem Sinne nicht mehr viel. Halt nur noch wirklich scharfe Karotte. Also für mich der schlechteste aus der Reihe. Trotzdem müssen wir den noch leer machen. Und jetzt erlauben wir uns einen kleinen Schwangerl. Wir werden das alles mal zusammenmischen mit einem Uso und ein schönes Mixgetränk drausen basteln. Gucken, wie das dann schmeckt. Das heißt, wir machen unten einen kleinen Schwätzer Uso rein. Wir nehmen uns wieder unseren ersten Kamerad. Ja, den wir dann einfüllen. Wir machen einen weiteren Schwätzler Uso rein. Damit sich das auch schön vermischt. Wir nehmen das scharfe Gemüse. Wir packen das dazu. Wir nehmen einen weiteren Schwätzler. Oh, das stinkt. Wir nehmen einen weiteren Schwätzler von dem Uso. Das war aber ein großer Bär. Habt ihr den gesehen vor der Kamera? Jetzt können wir ihn zur Seite stellen und füllen den Rest jetzt noch auf mit scharfer Karotte, weil das so gut schmeckt. So, scharfe Karotte drauf. Wird es wieder insgesamt ein bisschen heller. Machen das Glas auch schön voll. Dass da extra eine Competition entsteht. Dann wäre es vielleicht jetzt an der Zeit, doch mal das Thumbnail zu basteln, indem wir das alles aufeinander stellen. Und das hier rüber stellen. So, so und so. So sie Sau. Wer das kennt, hin und her. Bam. Joa, und jetzt werden wir es rumdrehen. Guckt doch mal, wie schön das aussieht. Karotte, Uso und Zeugs. Und irgendwie ist das alles viel zu dunkel. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sieht es ja dann in Wirklichkeit besser aus. Wir trinken das jetzt aber. Das heißt, wir ziehen ihn wieder her an uns ran. Uso kann weg. Der Rest hier von den Säfes kann auch weg. Nimmt man da jetzt einen kleinen Schluck und probiert das? Oder trinkt man das auf Ex? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir probieren es mal auf Ex wegzutrinken. Mal gucken, was passiert. Man könnte das Ganze auch als eine Challenge gestalten. Ich nominiere mal den Flatti, den Natururin und den Kanal Phänomenal. Sich mal ein schönes, gesundes Gläschen aus scharfer Tomate, scharfem Gemüse, scharfer Karotte plus Uso zu mischen. Einen schönen Vitamin dringen, um in den Tag zu kommen und dann mal wegzuhauen. Ist vielleicht eine Ekel-Challenge. Ist vielleicht auch einfach nur eine Fitness-Challenge. Ich weiß es nicht. Ich musste doch auf jeden Fall sehr gesund sein. Der Grieche gibt euch doch nicht umsonst jedes Mal, wenn ihr Hallo sagt, gleich ein Uso in die Hand und sagt, sauf und jetzt kauf, kauf und sauf und alles. Aber ich will nicht länger reden. Wir wollen ihn jetzt hier versuchen wegzuziehen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin. Peace out for out, euer Ramses. Und dann, ich habe so Schiss gerade. Simon ruft schon wieder an. Moment. Ich glaube, ich habe wirklich nur noch Uso geschmeckt. Aber jetzt habe ich einen schönen Tomaten-Socen-Nachgeschmack im Hals. Also das ist doch wunderbar. Wer diesen Geschmack von dem Uso nicht mag, trinkt sich einfach eine scharfe Tomate dazu. Ich glaube, ich muss gleich aufs Klo. Ich fühle mich, als hätte ich gleich durchfallen, durch den Stuhl. Das war aber ein bisschen so eine komische Mischung auf den Magen. Es ist auf jeden Fall drin geblieben. Challenge bestanden. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, probiert das halt mal aus. Das mal so zu mischen als Getränk. Scharfes Gemüse, scharfe Karotte, scharfe Tomate. Irgendwas mit Uso dabei. Als Gag, als irgendwas. Vielleicht findet ihr es eklig. Würde mich freuen, wenn da jemand mal das ausprobiert, um eure Meinung zu haben, wie ihr das findet. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out for out, euer Ramses. Mann, der brennt aber, du. Reds pane, der brennt aber, du. Und du. Und du. Und du.